hallo liebe leute liebe zuvor zuschauer ja ich habe jetzt auch noch einen account einer kanal warum youtube hat schon mehrere meine videos zensiert oder meist komplett gelöscht gesperrt und auf dem kanal wird es weiterhin nur bei der kristenversorgung bleiben dass sie es vielleicht mal im video mal kurz erwähnt aber ich habe keine lust mir vorschreiben zu lassen über was ich nachdenke und über was ich spreche ja ich finde es einfach unmöglich dass hier zensur betrieben wird videos von leuten die wirklich auch ahnung haben einfach nur gelöscht werden oder gesperrt werden das ganze ist mir einfach ja ich bin nicht der mensch der der jedes mal nachdenken will was er sagt und wie er es sagt ja und auf rambel kann ich sagen und da werde ich halt nicht zensiert und ich finde es ist unmöglich wie man momentan mit den leuten hier umgeht in deutschland die zensur generell die berichterstattung in den medien die beschönigung von dingen dass das ist einfach unmöglich und deswegen habe ich zusätzlich für die die es interessiert einen kanal auf rambel den habe ich jetzt schon nach verlinkt in allen meinen video beschreibungen wo ich es sinnvoll erachte wieder neu mache ich das überall mit rein schon als standard und wenn ihr lust habt und laune habt da könnt ihr auch rüber gucken dort sind ein paar videos die sind hier schon mal veröffentlicht worden aber auch welche die eben hier zensiert wurden und es werden bestimmt noch mehr kommen die hier gar nicht erst veröffentlichen weil ich weiß dass mich die zensur sofort packen würde und der kanal hier gesperrt wird also wenn euch das c thema interessiert und das drum rum es geht ja nicht nur um das c thema es geht ja auch um krisenversorge gerade heute in dieser zeit in dies wo das c thema einfach aktuell ist und das kann man nicht wegdiskutieren das ist aktuell leute ich kann nicht ignorieren in meiner lagebewertung und in meinen beschreibungen immer drum rum zu reden und drum rum zu eiern nur weil ich angst habe dass youtube mich zensiert das kann nicht der weg sein leute also wie gesagt hier wird es nichts mehr geben dort wird sensurfrei einiges kommen was hier nicht erscheinen wird und wenn ihr lust und laune habt dann kommt halt noch ein kurzer verambel rüber ihr könnt euch dort auch registrieren das kostet nichts ihr müsst jetzt keine selbst einen kanal aufmachen ihr könnt die videos auch gucken ohne dass ihr euch dort registriert und mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen ich wünsche euch auf jeden fall noch einen schönen und gesunden tag